Der Bus ist Multi-Track Drifting. Lockdown seems peaceful. Good place to make investment. Ich bin ja der Meinung Mumbo ist so jemand, der würde in NFTs investieren. Yes, let's go. Das ist schon ziemlich lustig. Don't shoot. I said don't shoot. Alter, der hat vorhin den Flip gemacht. Speaking of shorts. Das macht einem schon Angst. Not gonna lie, das ist ein Erlebnis. Bist du diesem ein Kind von den Wild Thornbearers? Ich glaub wir haben die normalste Strecke jetzt gefunden. Das ist eine Abrasion. Oh Gott, hier sind drei. Das ist ein Fritz vom Bruch. Yo! What the f**k? Ich hab dir mal kurz Elektrik schubelt. Alter, ich bin Gott! Smite die evil. Wir reden nicht darüber, dass ich da weggeteepost wurde. Ergabe kommt. Aber jetzt willst du sie nicht mehr. Fortnite, nein! Fortnite, nein! Fortnite! 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 Jetzt lernt sie fliegen! Fortnite! Frankfurt! 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 Oh man! Ich werde aber nicht sterben. Okay, let's go! Fortnite! Ich habe die Ärger bekommen. Fortnite! Fortnite! Hallo, du wirst gleich auf X gebannt. Oh nein, nicht mein Twitter. Ich habe X gesagt. Und ich habe Twitter gesagt, go f**k yourself. Bevor ich diese Seite X nenne, dipp ich meine Eier lieber in flüssigen Stickstoff. I swear to God. Oh mein Gott! In dem Tempo würde ich auch gerne arbeiten. Was ist das denn für ein Minecraft-Haus? Oh shit. Warte mal, was ist wenn ich... was ist wenn ich den hier mache? Okay, es funktioniert nicht wirklich. Das ist ein öfters Auto, ja. Du kannst doch nicht das Anime-Wao machen. Müsst du eine Brille und Rüstung haben? Sure. Entschuldigung. Der Kochtopf war eine Bombe. Was? Ja, ich habe nur 20 Leben. Ich will das ja nicht laut sagen, aber ich glaube das war, weil ich gegen diesen Generator gehauen habe. Nein, ich habe gegen den Kochtopf gehauen. Da war so Elektrozeug unten drauf und ich so, hä? Hau rauf. Boom. Ich dachte, das war mal nicht genau in dem Moment, wo ich gegen diesen Generator gehauen habe. Alter, ich nehme erstmal eine Aspirin. Aua. Ach ja, stimmt. Darf man nicht. Oh! Das Schöne ist, scheinbar ist die KI genauso schlecht wie ich. Okay, Luigi ist tot. Oh, der Affenradar. It's all coming together. It's all coming together. Du kannst du nicht zur nächsten Stufe gehen. Nun, viel Glück. It's just like a gangbag. It's all coming together. Do you know what? Wait, wait. Was ist das? Was ist das? Irgendwie... Ist das ein totes... Ist das Fortnite, Mama? Das ist einfach ein eingeäscherter Leguan, Alter. Ja, das sieht echt so aus. Oma, ist das Fortnite? Alter, das ist lustig, bis auf einmal die Punkt gucken. 100 Nägel? Das ist unfair, der Hund ist am Driften. He did go down with the Gritty. Das ist voll lustig. Irgendwie voll lustig. Irgendwie der Boden schmeckt irgendwie wie Diskuitboden. Und der Käsekuchen steckt irgendwie wie so... Wies. Das ist voll cool. Das ist voll lecker. Was machen die Pinguine? Bäh. 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 Die weltbekannte Dokumentation über Pinguine. Bäh. 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 Burger King. Wo ist die Katze? Oh. Zur Katze, wo bist du? Irgendwo. Ha? Bäh. Ha? Junge. Hahaha. 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 Wer ist er denn? Hahaha. Hahaha. Das Leib ist komplett voll. Hahaha. 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 Ich dachte ich kann die abbauen. Hahaha. 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 Legit, Alter. Ich hau einmal dagegen. Ding. Pfff. Ich sag nix. Chat, ihr sagt am besten auch nix. D�를ui drug risks. Ich sag nix. Pf trás. Haches. Achnas. Ich sag nix. endlich 선생님. Ich sag nix. Die. Bis zum nächsten Mal.